Ich denke mal, da kommt einer, dann kommt da doch keiner. Dann haben wir doch nicht. Haben wir doch nicht. Ich muss rechts hier mal einen auf lauten. Ich denke mal, da kommt einer. Dann kommt der einfach. Die Kaufzeit ist abgelaufen. Kann nicht wahrer sein. Die Kaufzeit ist abgelaufen, ey. Ich muss ja die Jüngste wegschießen. Ich bin fast so schlecht für René, ey. Was ist da denn los? Ja, das Einige ist los bei mir, du. Nee, man. Bro, Scorpion. Scorpio, ey. Zerda, du. Skorpio! Scheiße, vielleicht bin ich auch aus den Geldrängen, ey. Ah, what the fuck, ey. Vielleicht bin ich noch aus den Geldrängen. Geldrängen? Weil du denkst, der kriegt hier Geld. Was ist das für bezahlt, oder? Natürlich. Hier hab ich Geld. Hab ich gefunden. Alter. Der hat richtig Feuer frei gemacht. In der Schule. Ich hab Feuer frei gemacht. Feuer frei? Feuer. Wenn ich dachte, der hätte aber Feuer frei. Ich hab mich halt sehr doll gefreut und dann ist er gestorben. Alter, ohne Witz, ey. Wie krank sind die Schweine. Ich bin wieder weggeschossen, ey. Das ist ein besonders richtig kranker Schweine. Das ist ein ganz besondere Mensch. Alter, das kann nicht wahr sein, ne, René. Ich hab ja so viel in den Arsch geschossen, ne. Ja, meine Arsch ist halt dick, ne. Das stimmt auch zu krass. Mein Gott, ey, ist wie so ein Polz. Oh ja, ich bin richtig geschliggert. Wie so ein... Alter, nee. Nächste Runde spiel ich wieder bei den Terroristen. Das ist mir hier alles zu zivilisiert. Die Amerikaner können einfach nix. Wer sagt denn, dass wir Amerikaner sind? Seid ihr. Wir sind Bankräuber. Wir haben uns damit einmischt. Ich bin auch kein Bankräuber. Ich spiel bei Koldern. Hä, nein. Ich bin Amerikaner, weil ich doch bei den Anti-Terroristen spiele. Ja, wer sagt denn, dass die Bankräuber keine Amerikaner sind? Ähm, weil Bankräuber immer aus gesonderten Ländern kommen. Das möchte Pascal dann sagen. Die brauchen nämlich Geld, weil die nämlich keinen Job haben. Die Amerikaner haben alle, ne. Ja. Die sind alle fleißig zur Arbeit. Die haben alle so einen Mittelstandsjob bei der Spezialeinheit. Ja. Bei McDonalds. Die sind bei Trontogether. Suchen wir einen Job, den ein Arbeitsloser irgendwie ohne Abschluss erreicht kann. Mittelswand bei der Spezialeinheit. Ja. Ach, das ist doch voll die gestörte Scheiße hier. Oh, Timmy Thom... Timmy Thomassen. Ach, vermiss dich doch. Boah. Boah. Ich mag dieses Schalldämpfer-Geräusch, ey. Ist voll geil. Du magst dieses Schalldämpfer-Geräusch. Ich find das voll geil, ey. Ich feier das. Ich hasse, dass das das Magazin so klein ist. Ja. Ich find, da muss man unten so einen MG-Gürtel ran machen. Da fehlt mir einfach hier ein Ding, äh, flinke, flinke Scheiße zum schnell nachladen. Weil, René, du bist und immer gerne... Ja, da musst du halt richtig timen, wann du nachlädst, ne? Das kann René wieder nicht. Ne, ich möchte nachladen und dann ist das fertig. Ne, du musst schießen und nachladen. Schießen und nachladen. Ja. Ja, schießen und nachladen, weißt du? Scheiße. Beste. Tschüss. Ach, René, ey. Endstation, sagst du? Sowieso. Ich bin der Endgegner. Ey, ohne Scheiß, diese Sniper-Typen, das geht voll nicht klar. Ja, weil grad die Awe doch als Bonus-Lafical gehandelt wird. Jetzt fragst du, ey, wie machen die das? Wie treffen die denn damit, was? Ey, das sind halt Leute, die spielen das öfters mal. Das Spiel. Versteh ich nicht. Hungriger Hugo hat mich immer wahr. Die zielen eine Sekunde und treffen. Ja, wie machen die denn da? Der zielt halt jetzt gar nicht gezielt. Du musst den hungrigen Hugo umbringen. Den hab ich mal voll sein in Italien zu früh. Ich hab wieder nichts zu essen in seinem komischen Bananenland. Leider häufig gesagt. Ey, doch, bist du. Ach, Mann ey, Kevin, du kannst sterben ohne Scheiß. Jogi Bär hat mich umgebracht. Bin mittelmäßig frustriert. Alter Scheiße, ey. Weil René mal wieder nicht Erster ist, ist er wieder frustriert. Ich bin wohl gar nicht. Das ist First World Problems hat er hier, ne? Redelt schwere Depressionen. Sowieso. Alter, hab ich den weg gesnackt, ey. Das war ja schon nicht mehr schön. Alter, man sollte mich Duke Nukem nennen mit meinem Desert. Oh, wie René von oben angekuckt haben, ey. Ja. Wie eine Gazelle. Das ist ein kleiner Schauruss-Schnitter. Die springen nicht. Doch, die springen einen an. Nein. Doch. Nein, die machen nur so... René schläft irgendwo mit Schauruss-Schnitter. Sowieso. Das sind die geilsten, die hier überhaupt. Diese Geräusche sind für René nämlich Dirty Talk. Weißt du? Harte Schale, weicher Kerl. Oh Gott, ey. Du treibst es immer noch ein bisschen weiter. Aber dafür steh ich mit meinen Namen. Schauruss-Schnitter. Weiter. Schauruss-Laber-75. Alter, wer hat mir denn da in der Art gefeuert? Jogi-Bär. Ach, verdammt scheiße. Alter, wer ist das denn, ey? Der hat seinen Schulabschluss... Ne, der erste, der labert. Er hat keinen Schulabschluss. Der hat nämlich 440 Punkte. Da muss der wieder keinen Schulabschluss haben, wenn der besser ist als du, ne? Ja. Hast du doch gesagt. Hab ich nicht gesagt. Du hast meinen Satz verändert. Ich wollte sagen, der hat keinen Schulabschluss jemals... ...nicht gekriegt. Jemals nicht gekriegt. Der hat nämlich jeden Abschluss. Mhm. Na dann kannst du ja... Ne? Weißt du Bescheid. Ach, verfluchte Scheiße. Ich bin zu dumm, sich im Fenster zu laufen. Warum hat der denn einen goldenen... Egal. Alter, das ist ein richtiger Camper, ey. Das ist ein richtiger Camper. Also bei mir ist natürlich jeder, der Nemesis ist, weil alle mich immer nur umbrechen. Der hat einen 5-Jahres-Veteranen-Kleut. Also spielt er schon seit 5 Jahren. Oh Mann, René luft doch nicht immer so. Okay, halt dein Maul. Du musst wie oft auf dich dich gestossen haben, ne? Du bist nicht gestorben. Du bist auch nicht getroffen. Du cheatest doch schon wieder. Sowieso. Warte, umsteht er doch. Ich kann mich um keine Ecke bewegen. Dann kommen sofort irgendwelche Freak-Sniper, die einen reindrücken. Alter, was geht immer noch aus? Das war schlecht, ey. Da warst du gerade schutzlos in meinem Magazin, weil der... Der hungrige Hugo, ey. Der hat auch so einen Esel, dude. Der ist direkt hinter dir. Ich hab Esel. Guck mal, der ist direkt hinter dir. Nice. Ach, Kevin, ey. Du hast auch abgetrieben, ohne Scheiß. Nö. Sowas Schönes hab ich noch nie gehört. Hat mir noch keiner gesagt, sowas Nettes war. Okay. Ja, mir fühlt ihr sich bloß gar angefangen. Da läuft mir schon so ein kleines Tränchen über den Rücken. Über den Rücken. Das ist ja heklig. Da haben wir mir ganz viele Sorgen, ey, bitte. Alter, René, ich hab dich gerade als menschlichen Schutzschild benutzt. Bin aber trotzdem gestorben. Mann, das ist doch schwul. Ich hab keinen Bock auf so einen Haltsegen zu spielen. Können wir nicht mal was entspanntes spielen? Das ist entspannt. Wir gehen einfach in dein Haus, in Daisy. Ja, Pascal, dein Haus ist auch nicht mehr da. Es wird noch wiederkommen. Nein. Doch. Der Server ist down, Kevin. Der Server ist down, Kevin. Der ist weg. Wieso? Ja, die machen Pausen. Weil sie sich dachten, wir bezahlen keine 60 Euro mehr im Monat dafür. Fertig. Mann, aber wir waren doch so treue Kunden. Ach ja, ich war ja weg. Du hast doch so viel bezahlt für diesen Server, oder? Drück ab. Ich hasse das. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Die sind dumm mit ihren anscheißelten Gewehren, ne? Das Mausrad funktioniert noch nicht mal, ey. Das ist die beste Maus der Welt. Wir nehmen jetzt einen MG-Maschinenpistole, irgendwas da rumma. Einen MG-Sniper, Maschinengewehr, Pistole, Raketenwerfer. Ach, das hätte ich gern jetzt, ey. Ich hätte gern einen Raketenwerfer, der wie ein Schaffschutzgewehr, aber... Ey, das Baby hat echt gewonnen, ey. Das kann nicht wahr sein. Guck mal, wir verschwinden einfach in der Mittelmäßigkeit. Meine Fresse, ey. Nicht mal das, nicht mal das. Meine Fresse. Unterer Durchschnitt. Unterer Durchschnitt. Ähm. Ähm. Zwei. Erwin, du hast nicht zweigedockt. Momente mal. Ich will nicht wieder Mirage spielen, ey. Warum wollen die immer wieder Mirage spielen? Wieso steht da verdammt nochmal zweimal Mirage zur Auswahl? Ah, Entferner. Beste. Was ist Entferner? Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall besser als Mirage. Ach, die Scheiße. Die ist gar nicht mal so schlecht, die Map. Ja, die find ich auch ganz geil. Ich weiß ja nicht. Ach, du weißt sowieso nix. Okay. 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 Ne, ey. Was denn? Das ist aber sehr gut. Nein. Wenn ich heute wieder bei den Terroristen spiele. Scheiße. Ist doch egal. Die Kaufzeit ist abgelaufen. Okay. Dann spielen wir in einem Team, ne? Ne, du wechselst nämlich jetzt gleich das Team. Du wechselst gleich das Team. Ne, du wechselst gleich das Team. Terroristen sind mein Gebiet, Junge. Ach, du bist doch gar kein wahrer Terrorist. Ich glaube, ich wechsel mein Team. Ich hab fünf Neugeborene bei meiner Gebote getötet. Ich hab fünf Neugeborene bei meiner Gebote getötet. Ich bin's bei den Terroristen. Ja, bei deiner Gebote. Weil du so viele Medikamente verschwendet hast. Ich bin's auch mal sehr bewusst. Dass die alle keine abgekriegt haben. Ja. Kann ich rein dir wegschießen. Wenn du ein verschissener Junkie bist. Oh Mann, dieses komische Pony bringt mich immer wieder um. Aber nicht nur auf der Gothic-Party. Oh, das ist kein alter Sack. Ja, ich bin geil, ja. Da vor mir her wie so'n dummer Nudel-Esser. Ich bestell gleich mal dreimal Butterwaffe zwei. Ist das ganz günstig? Das kostet übelst viel, ey. Quatsch, Kam. Das kostet 20 Euro. Kann ich auch nicht kaufen. Ich will zwei Cent. Ist ja nicht neu. Natürlich ist das neu. Deinsten. Alter, das ist sogar Nigel-Nagel neu. Alter, ey. Das ist Niko-Nagel. Da ist doch so'n kleines Stecherchen. Niko-Nagel. Becherchen? Das ist wieder Kolle. Ey, ohne Scheiße. Wenn ich irgendeinen Typen sehe, dann ist der mal transparent, wie so'ne kleine Schwortel. Ja. Transparent. Ja, was heißt ich denn? Der ist halt transparent. Oh, scheiße. Ich friss dir hüssiger Vogel. Friss scheiße, sag ich dazu mal. Ein Vogel. VUGEL. 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 Ey, guck mal. Wer den Ponies? Erster. Ja, der hab ich auch 25 Mal schon umgebracht. Der Freak. Da sind zwei Mal drinnen, ne? Zwei Mal Ponies. Echt? Ja, das ist ein Clan-Tag. Ja, das ist ein Clan-Tag. Ein Ansicht. Jetzt sollten wir auch von Brodies werden. Never. Never? Never ending story. Ich werd nur ein Brownie. Leg gerade so ne kleine Kackwurst vor mein Bild. Ein Doki wirst du. Brownie werd ich. Doki. Ein Brownie kann man auch anders verstehen. Oder ein Brownie. Ne, Brownie, das ist doch Deutschland. Das ist doch Deutschland. Das ist doch Deutschland. Ah, verdammte Scheiße. Das ist nämlich Deutschland. Alter. Das ist Deutschland. Das ist wirklich auf einem verschissenen Dach gespaw-den, verdammte Scheiße. Weil du auf dem Dach wohnst. Noch nicht kalt, sondern vom Dach. Was, ey? Du bist so Fick-Gescheid vom Dach. Da hast du einen rausgehauen, ey. Von der Fresse. Oh, Mann, ey. Das ist echt nicht zu ertragen, wie scheiße ich einfach nur bin. Ja, du bist einfach schlecht. Ja, eben. Ich komm einfach nicht auf dieses Zielsystem für dieses Spielklapp. Boah, ich muss gleich niesen, ey. Boah. Ich verstehe einfach nicht, wie das funktioniert. Was willst du? Genesen? Niesen. Genesen. Ich mach Fotosynthese. Die scheinen ja zu wissen, wie es funktioniert, aber ich weiß es einfach nicht. Die noch nicht. Das ist die Sache. Ja, das ist voll behindert, ey. Ich bin voll gewohnt, so zu zielen und dann zu schießen. Und bei diesem Spiel kann man einfach verdammt nochmal nicht zielen. Ja, das geht einfach nicht. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Ey, wenn du dich duckst, dann kannst du auch übrigens genau schießen. Ja, aber das ist doch trotzdem voll behindert. Das geht. Ich hab ja nichts gegen Recoil oder so. Das ist ja auch... Bei Battlefield ist das ja auch gar kein Problem, aber... Das ist einfach nur voll behindert, dass man nicht vernünftig zielen kann. Ja, das muss man drauf haben, ne? Ja, aber ich hab's kein Spiel für kleine Kinder. Ja, aber ich hab's kein Spiel für kleine Kinder. Doch eben, da muss man nicht zielen. Natürlich. Ach, goll, ey. Jetzt verteid ich dir das wieder zur Hölle. Das ist das Spiel, ich ziele gar nicht, weil ich Loot bin. Ich kann gar nicht zielen. Ich kann trotzdem spielen. Meine Argumente sind immer die besten. Die haben die sehr gut erörtert. Naja. Was ist denn hier los? Alter. Was los hier? Ich hasse das Spawnsystem von dem Spiel. Das ist einfach nur behindert. Das ist Hammer geil. Das ist demnächst, was ich hier gesehen hab. Alter Scheiße. Ach, fick dich doch, ey. Nee, warum ist der Ball? Das ist biologisch völlig unmöglich. Wird ich grad weggeschossen? Quatsch, Schlangen können das. Ja, aber ich bin keine Schlange. Ach, natürlich bist du ne Schlange. Ach ja, ich bin ja ne Tommelschlange. Ohne Tommelschlange. Und Schlangen ficken sich selbst. Echt? Ja. Jetzt ohne Scheiß? Ja. Wie machen die das? Ja. Das sind beide Geschlechtsorgane. Au. Nee. Wo das denn? Im Gesicht? Ja, was weiß ich denn? Ich dachte, du bist hier Schlangenologe. Nee, danke. Stell ich mich nur mit meiner Schlange. Selbst der Affe mit Waffe hat mich umgewacht. Und? Nichts sonst. Das ist ne Scham. Erstmal bist du da angesägt. Angesägt? Der Hagen. Spielt mit. Alter. Wer kommt denn hier rein, ey? Die haben Lust auf ne Party. Ich komm wirklich lieber auf ne Gossip Party. Habt ihr Lust auf ne Party?